Jetzt bin ich böse. Na, ich doch. Wunderschönen guten Tag. Ich muss Pask rushen, weil ich bin bestimmt kein Dodo geworden. Der hat schon wieder einen Sitzen. Das sehe ich doch an der Nase. Ich dachte wirklich, du warst es, Stevie. Ich war es nicht. Hast du auch ein Messer? Ich habe ein richtig riesiges Messer. Ich habe wirklich ein Messer. Ich auch. Welche Leiche möchtest du untersuchen? Wollen wir das hier sabotieren? Nein. Warte mal. Wer kam gerade hier raus? Möchtest du die untersuchen? Okay. Oh, hier ist noch eine. Oh. Hier, nicht ein Kanaver. Der Problem hat sich schneller gelöst, als ich erwartet habe. Jetzt tut Knecht ich mir leid. Franzi ist schon wieder tot. Und Franzi. Nifi kam noch gerade raus. Nifi muss böse sein. Der hat so betiert. Der, der Dings, the bait. Franzi, sorry. Nee. Ich glaube, er hat, ein Profi ist unterwegs, weil ich bin gerade Divi entgegengelaufen und plötzlich reporte ich. Nein, die liegt da. Die Leiche. Ach so, aber ich habe nichts geklickt. Hä? Also, wir wollen das Thema einstellen. Oh, okay. Gut, ja. Da hat Maxi wohl in den Bait gestochen. Alles andere kann ja nichts sein. Weißt du ja, Blödsinn kann die Leiche sehen, ne? Dann kann ja... Ich habe die Leiche auch gesehen. Aber du... Hä, du hast die doch untersucht, Dalu. Auch gesehen. Bin ich blöd? Ja, ich habe die untersucht. Ja. Ja, ich habe die untersucht. Hä? Du hast die Knecht, die Leiche, gesehen. Ich habe die gesehen. Ja, warte mal. Worüber reden wir denn jetzt? Es geht um die Franzi-Leiche bei Maxi. Habe ich auch gesehen. Ich dachte gerade, es geht um die Leiche. Dalu und ich sind über eine Leiche gelaufen und er hat sie... Ja, das ist die Knecht, die Leiche. Welche Leiche? Und wo liegt sie? Auf dem Gang hoch zu diesem kleinen, kleinen Mini-Platz. Okay, ja. Also, Franzi liegt direkt unter diesem Gang, so gesehen. Genau, das meinte ich. Die habe ich auch gesehen. Die war lila. Ja, natürlich. Knauze jetzt. Ich war da auch. Ich war da auch kurz vorher, lustigerweise. Ja, du wolltest mich umbringen. Und ich habe jetzt auch ganz lange drüber nachgedacht und habe mich dazu entschieden, dass ich jetzt Kunde antworten will. Also, ich war noch niemals in New York. Also, Flash muss Dodo sein, weil niemand sagt, dass er Kunde antworten will. Achso, doch. Ich weiß auf jeden Fall, wer böse ist. Das ist gut. Du bist schon wieder Dodo, Baloui. Nee, ich fang Baloui. Nee, ich fang Baloui. Nifi muss Knechtigen gebracht haben. Ich kenne dein Lied und das nervt alle. Hi. Wo ist Nefi? Nefi? Ja! Ich kenne dein Lied und das geht so. Nee, nicht Baloui. Oh Gott. Ich töte doch nicht immer dieselben Person als erstes. Das macht ja keinen Spaß zu. Divi, 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 Divi. Divi, 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 pass auf. Komm mal mit. Divi, komm mit. Ja. Fahr nicht unbedingt. Okay, Divi, das Problem. Nefi, bitte weitergehen. Das ist wichtig. Könnt ihr ganz kurz weggehen, bitte? Nein. Ja, ich wollte nur gucken, ob du so einen Heiligenstein über dir hast. Ja, hab ich natürlich. Okay, Divi, pass auf. Dadurch, dass du die Leiche gesehen hast, wissen wir ja, dass du böse bist, weil das ist ein Professional-Kill gewesen. Ja, scheiße, das wusste ich nicht. Lass mich dir helfen. Bring einen um, ich gucke, was der war und sag's dir. Ein Vigilante ist schon tot. Okay, alles klar. Gut. Ich bin gerade um eine Ecke gekommen und da stand ein sehr, sehr gruseliger... Das finde ich in Ordnung. Heißt das, ne, wie gruselig ist? War noch Bless. Nee, das ist nicht in Ordnung, dass du jetzt totes bist. Bless war auch lange genug immer böse. Jetzt müssen wir nur noch den zweiten finden, der mich gewohnt hat. Okay. Also Maxi ist auf jeden Fall unschuldig. War bestimmt Balui. Ja, ist ein Dodo im Englischen eigentlich ein Teig? Wollte man noch Katze. Nein, Katze, nein. Jetzt hab ich ihn nicht verstanden, kannst du ihn mal übersetzen. Ich hab ihn auch einen Moment gedauert bei mir. Ich hab ihn auch... Kannst du ihn nochmal wiederholen? Ob ein Dodo im Englischen auch ein Teig-Teig wäre? Aber warum Dodo? Was ist Dodo im Englischen mit Teig? Weil Dodo Teig ist. Ja, aber da spricht man doch ganz anders aus. Ja, Dodo. Ja, wenn du sechs zählst, dann sprichst du es Dodo aus. Also passt doch. Walui? Dodo. Was ist eigentlich mit Maru? Wo ist Maru? Wo ist Maru? Wo ist Maru? Oder Balui? Balu. Balui. Dafür wollte ich dich jetzt da. Balui, Balui, Sexu, Uu. Egal ob einsam oder gemeinsam. Wo ist Maru überhaupt Balui? Wie macht eigentlich... Ich muss Dalu im Umgang vor uns helfen. Das muss die Polizeistation sein. Dass er sich vor... Dass er sich vor Nephi fernhält. Was? Wenn ich jetzt fliege, ist... Einmal im Toten. Okay, okay, okay. Also... Das mach ja mal genau. Der Verdacht von mir ist wieder weg. Das ist gut. Sehr gut. Ach, du selber, Dodo. Okay. Also, Nephi. Ah, okay, warte mal. Ihr beiden hier, ne? Kommt mal kurz mit. Nephi und Dalu. Nephi. Ich auch. Ja, du kommst auch mit. Nephi? Hm. Ausgeschlossen. Nein. Ja, wir wollen kurz... Wenn ich jetzt sterbe, ne? Nein, 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 Nephi. Weck hier, geschlossene Gesellschaft. Okay, pass auf. Also, ihr macht euch gegenseitig nix, okay? Okay. Ja, genau. Genau, okay. Gut, dann haben wir ein Abkommen. Aber mit meinen kann er nix anfangen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber dass du ihn nicht, weil wir brauchen ihn. Okay. Genau, ich sag euch einfach, wer war er. Also, ihr Vigilanze schon tot. Genau. Kill ein und ich sag, was das war. Meeting. Ich sag's einfach. Ich sag's einfach. Okay, pass auf. Okay, ich sag's. Celebrity. Also, ich hab das hier überprüft. Ja. Ja. Also, da war ein Sound. Sound? Also, Vigipi war Celebrity. Nee, ist gelogen. Das kann nicht sein. Ja, ist ja auch ne Lüge. Der andere war VIP. umgefallen und die muss durch ein Laber gestorben sein. Weil die ist einfach so gestorben. Okay. Ja, gut, aber es sind ja auch. Kunrad ist ja auch gestorben, ja. Also, Knechti war Vigilante. Der ist als erstes gestorben. Woher weißt du das? Ich hab dich jetzt gehönt. Ach so, okay. Ach, du hast den Stream auch auf? Ja, ich muss ja meine Rolle gut faken. Als zwei weiß man das. Guck die andere Streams. Also, da wurde, wie gesagt, ein VIP-Ler-Celebrity gekillt. Hab nicht aufgepasst. Ich auch nicht. Welcher war der da? Ja, du ja auch nicht. Na, wahrscheinlich. Dann habe ich reported. Also, soll ich jetzt mal mitteilen, dass Talo gerade gelogen hat? Und das kann ich nicht gelogen. Doch, ich war gerade dran. Ich war, guck mal, pass auf. Ich fuchtel mit meinem Messer in der ersten Leiche rum und reporte eine andere. Das muss er erstmal hinkriegen und das ist wahr. Auch wenn du dir nicht vorstellen kannst, wie das funktioniert. Ich kann mir das vorstellen. Aber das ist so. Ich war gerade beschäftigt. Du musst fünf Sekunden stehen bleiben. Ich wollte nicht reporten. Aber das war nicht der Celebrity. Das konnte ich ja nicht rausfinden. Aber er hätte es gewesen sein können. Genau, ich hätte es rausgefunden, wenn ich nicht reportet hätte. Na, warum hast du ja noch reportet? Weil Louis wusste aber auch von nichts. Ich konnte dich nicht führen. Nee, ich bin alt. Ich fände mal auf, einfach zu reporten. Was passiert? Also, Dalu hat reportet, ob er da in der Leiche rumstochen sollte. Ja! Genau. Habe, habe. Ich wollte. Das ist normal, Dalu. Das ist, das passiert im Alter. Dalu wird so weit wie ich. Toll. Nao. Also, was war das denn? Das war ja... Ich habe wirklich in der Leiche reingefallen. Das dauert fünf Sekunden. Und dann hat die andere Leiche, die habe ich automatisch reported. Ich mache Aufgaben. Die, die, man reportet die ja automatisch. Da kann ich ja nichts für. Hm. Hm. Komm, töte einen, und ich sage dir was einem nicht. Zeig dir, dass ich immer tischen bin. Okay. Ich sehe nichts. Ich habe aber schon gedrückt. Ja, mach. Warte kurz, dass ich einen Ping habe. Okay, ich sage es jetzt. Okay. Bei allem, es war Dodo super unglücklich. Oh, das ist... Oh, nein. War ich jetzt auch wieder schon auf cooldown, oder nicht? So gut wie. In plus fünf Sekunden, weil das Mortician sein dauert fünf Sekunden. Das dauert echt lang, mit der Mortician. Ja, ja. Also, ihr solltet den Fall schnell lösen. Weil ich weiß, wer es ist, aber ihr wisst es doch nicht. Ich bin es nicht. Dann sende ich jetzt Zeichen, wer es gewesen sein könnte. Wo warst du? Heute, zwischen vor zehn Sekunden und, äh, ja. Also, ja. Beim Friseur. Du bist gerade erst reingegangen in den Friseur. Den würde ich verklagen bei der Friseur. Nein, nein, nein. Ich war beim Friseur, habe gekehrt, und dann bin ich raus, und dann habe ich dich jodeln hören. Wer hat gejodelt? Ich hatte dich reingehen, sie in den Friseur. Jetzt hört mich doch. Nein, ich kam doch gerade raus. Ich bin links daneben rein, um Sicherheit zu kommen. Ja, das kann auch gut sein. Ja, Max. Sieht alles gleich aus da oben. Aber wer ist der wahre Mörder? Wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit. Der Dodo ist von einem Dodo erschossen worden. Ja, das ist von einem Dodo. Ja, also... Warten wir einfach, wem wir glauben. Einfach auf gut Glück, einmal jeder im Kreis, oder? Hast du ein Blinker auch vergessen auszumachen? Ja, machen wir wieder aus. Aber auf den Sound, ist der nicht so ein Kron bei euch? Wie nervös. Das war ziemlich synchron bei mir. Ich hab keinen Grund. What the fuck? Alles klar. Ich hab mich da mit dem Kreis gevotet. Wieso hätte ich mich gewohnt, wenn ich da mit dem Knast gelandet bin. Ja! Oh, Mann. Wie gut. Hallo. Hi. Äh, Divi? Mhm. Nee. Okay. Hallo. Wo ist Nefi? Divi, 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 Divi. Du bist Nefi? Hä? Wie, wo ich herkam? Ich kam hier raus. Ich war hier mit Dalu. Wo bist du gerade gespawnt? Entschuldigung. Äh, ich bin ganz unten gespawnt. Hier. Hier unten. Nee, Vidalou hat dich gesucht. Hä? Hä? Hilfe. Äh. Hier rechts. Hier oben. Wie weit kannst du... 800 Kilometer. Kannst du? Wer ist denn der Dritte eigentlich? Ich bin frei, ja. Ich mach zuerst, oder? Ja. Oh mein Gott. Ich hab schlechtes Gewissen. Was, wenn sie zu uns gehört hat? Ich weiß es halt nicht. wo ist da, Loh? Oh nein. Oh nein. Was ist, wenn sie auch böse war, weil sie so weit gucken konnte? Wo sind die denn? Ich weiß nicht. Die verstecken sich. Hier. Hey, Julie! Oh. Warte. Hau. Nifidalu. Schade. Das war frech. Mann! Oh, ich wusste es, Sammy. Ich wusste es, Sammy. Sorry. 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 Leid. Alles gut. Ich wollte dich jetzt suchen und dir sagen, dass zwei Imposter tot sind. Ne, ich wusste, dass Stevie Imposter ist. Ja, aber hättest du ein Falcon sein können? Ne, weil sie gesehen hat, wie ich die Sabotage gemacht habe. Ja. Ach so, okay, okay, okay. Mist. Ich wusste, dass er der Professional sein muss. Und die Silence oder so ist schon irgendwas in die Richtung. Weißt du? Damit du denkst, oh scheiße. Ne, ne, das hätt nicht geklappt, weil ich wusste safe, dass Stevie böse ist.